Guck mal, gleich sind wir in Frankreich. Tschüss, Belgien! Bonjour la France! Frage, was uns als Menschheit insgesamt weiterbringt. Konkurrenz oder Kooperation? Konkurrenz. Kooperation? Ich meine, warum hätte ich dich sonst mitgenommen? Was? Monogamie ist kulturell programmiertes Unglück. Verreizlungsstrategie ist Kapitalismus. Weißt du, dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen allein zu sein. Null! Der Mensch, der schüttet Stresshormone aus, wenn er alleine ist. Schon nach ein paar Minuten. Was ist eigentlich bei dir? Hast du eine Freundin? Nee, gerade nicht. Vielleicht willst du nicht, dass dir jemand nahe kommt, also wirklich nahe kommt. Ehrlich gesagt habe ich das auch, glaube ich. Dieses Nähe-Problem. Verlieben, das tue ich mich ja nicht hier, sondern hier. Und hier. Deinebilir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017